Na alle zusammen, ich hier ist wieder heute, ich bin wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das uns relativ viel Gold kostet und zwar dieser schicke goldene Skarabeus, auf dem ich gerade setze. Den können wir nur temporär uns holen, zumindest nur temporär von dem Händler, aber wie das genau funktioniert, werde ich euch gleich zeigen. Jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an, also das Ding kann auf jeden Fall einmal fliegen, wie ihr hier seht. Und das ist tatsächlich nicht ein einzigartiges Model, sondern wir haben eigentlich relativ zeitgleich zwei identische Mounts gekriegt, die halt eine andere Farbgebung haben. Und da geben wir jetzt mal Skarabeus ein, da haben wir es. Also hier haben wir den goldenen, auf dem ich gerade sitze und es gibt noch so einen kupferfarbenen. Ich muss sagen, der goldene ist definitiv der coolere von den beiden. Wir können jetzt auch mal noch Mount Special, mal vertippt. So, jetzt haben wir das Mount Special, seht ihr das? Dann fliegt er so ein bisschen hoch, gleitet so hin und her. Also auch in Gebieten, wo ihr nicht fliegen könnt, sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Also das macht definitiv was her. So, wo kriegen wir jetzt das Mount her, beziehungsweise beide Mounts? Den einen habe ich ja schon vorgestellt, den kriegen wir über den Handelsposten. Den gibt es oder gab es, je nachdem wann ihr das Video guckt, im Januar 2024. Die Handelspostensachen kommen ja immer wieder rein, heißt den könnt ihr auch später irgendwann, wenn ihr Glück habt, im Handelsposten wieder bekommen. Den ich euch jetzt aktuell hier zeigen möchte, den goldenen, den gibt es im Black Market. Und zwar sind wir hier unten in Valdracken auf den Koordinaten 1850 oder wenn ihr jetzt einmal auf die Map von Taldrassus guckt, dann ist das jetzt hier auf den Koordinaten 3559. Der eine oder andere wird das schon kennen. Hier ist der Black Market in so einem Gewölbe drin und hinten ist die Black Market Händlerin und hier vorne haben wir quasi eine andere Händlerin. Die können wir anquatschen und haben einen Dialog, dass wir was Teures suchen. Und wenn wir uns da dann ein bisschen durchklicken, können wir hier Waren kaufen. Kleine Randinformation, das Ganze geht nur bis zum August 2024. Danach sind diese Sachen raus und ihr könnt das Zeug dann im Black Market ersteigern, müsst dann aber mit anderen Leuten mitbieten. Und dann kann es sein, dass ihr deutlich teurer rauskommt, als wenn ihr euch das jetzt aktuell dementsprechend hier kauft. Und ihr müsst halt auch Glück haben, dass es mal drin ist. Das kommt natürlich auch dazu. Hier bei der Händlerin habt ihr dann diese ganzen Items. Einmal das Mount, das kostet 1.200.000 Gold. Also über eine Million Gold müsst ihr dafür zahlen. Hier gibt es dann noch einen Haufen Teemok. Ich habe mir das gerade schon alles geholt. Wenn ihr euch das ein bisschen genauer anschauen wollt, ich habe da einen Waste Guide oder ein Waste of Money Video aufgenommen. Das ist so eine Serie, die ich betreibe. Und da habe ich mir alles eingekauft. Also alle Teemok Sachen und natürlich auch das Mount. Kommt unterm Strich hier auf 2,1 Millionen Gold raus. Also doch eine ganze Menge. Und ja, es sind ganz nette Teemoks dabei neben dem Mount. Und also kann sich für den einen oder anderen schon lohnen. Ob es natürlich so viel Gold wert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich als Sammler kaufe mir sowas natürlich gerne. Gut, damit wären wir durch mit dem kleinen Mount Guide. Heißt, ihr braucht 1,2 Millionen. Geht zum Händler, kauft es euch. Und dann habt ihr das schicke Mount, um es ein bisschen kürzer zu machen. Juti. Damit sind wir durch. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.